In der Zwischenzeit werden Einzelheiten über die Vergangenheit des mutmaßlichen Täters bekannt. In einem etwa 50 Seiten langen Pamphlet, das dem BR vorliegt, zeichnet er eine Weltsicht aus kruden Verschwörungstheorien und Fantasien von Gedankenüberwachung durch Geheimdienste. Wir sollten jetzt nicht in den Fehler verfallen, diese Tat zu bagatellisieren und zu verniedlichen als die eines wirren Einzeltäters. Ich denke, das Problem ist, dass der Rassismus in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und auch parkettfähig geworden ist. Und genau das bietet den Nährboden für solche Angriffe. Für Vural Ünlü, den Vorstandssprecher der türkischen Gemeinde in Bayern, ist die Tat von Hanau nur die Spitze eines Eisbergs. Durch die negative Etikettierung von Muslimen habe sich sehr viel Hass angestaut, der jetzt in Gewalt und Terror münde. Wir haben natürlich immer noch die Fragezeichen mit der NSU-Mord-Serie, die ja schwerpunktmäßig in Bayern stattgefunden hat. Wir hatten auch den WUZ-Terrorangriff, der zu spät als rechtsradikaler Angriff auch bewertet wurde. Aber dennoch unterm Strich sind wir optimistisch und hoffen, dass der Rechtsstaat und die Innenbehörden hier stärkeren Druck auf die durchaus große aktive rechtsradikale Szene in München und Bayern ausüben werden. Eine Szene, die sich vor allem im Internet organisiert und mit Hass anreichert. Die Journalistin Caroline Schwarz beschreibt in ihrem eben erschienenen Buch Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus, diese Vernetzung. Es ist nicht so sehr das Verstecken, sondern tatsächlich das Vernetzen. Das heißt, es ist viel einfacher geworden, Gleichgesinnte zu finden, auch wenn es noch so unwahrscheinlich erscheint und uns auch noch viel weniger plausibel erscheint. Das heißt, es treffen sich alle möglichen Menschen, die an ganz unterschiedliche Dinge glauben im Netz. Die sind teilweise auch versteckter unterwegs oder treffen sich in halböffentlichen oder gar nicht öffentlichen Räumen und tauschen da auch Vernichtungsfantasien aus, Gewaltfantasien. Schwarz attestiert dagegen den Sicherheitsbehörden eine Schieflage im digitalen Bereich. Sie müssten die rasante Entwicklung im Internet verstehen lernen und sich auf sehr unterschiedliche rechtsextreme Milieus einstellen, um das Spektrum möglicher Täter zu erfassen, auch wenn die den Behörden noch nicht bekannt sind.